Sie sammelte in ihrer aktiven Karriere Medaillen, wie andere Menschen Brieftarken. Verena Bentele, Skilangläuferin und Biathletin, von Geburt an blind. 16 Mal stand sie bei Paralympischen Spielen auf dem Treppchen. Zwölf Mal holte sie Gold. Dazu neun Medaillen bei Weltmeisterschaften. Bei so viel Sport bleibt keine Zeit für was anderes. Weit gefehlt. Parallel zur Karriere schloss die Frau vom Bodensee ein Literaturwissenschaftsstudium exzellent ab und wurde Botschafterin einer Blindenmission. Seit ihrem Karrierenende engagiert sich die 33-Jährige politisch. 2012 wählte sie den Bundespräsidenten, war Stadträtin in München und ist jetzt Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Körperliche Aktivität aber hat in ihrem Leben weiterhin einen festen Platz. Ganz nebenher bestieg sie 2013 den Kilimanjaro. Herzlich Willkommen der Ehrenbürgerin der Stadt Tettnang, der Bambi-Preisträgerin, der Trägerin des Paralympics Sport Award. Verena Bentele. 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 Verena Bentele.